Liebe Freunde, es ist euer Steinbein. Wir sind zurück bei Whalen und seinen Gefährten, die sich hier gerade erst gemütlich gemacht haben, ein Lager aufgeschlagen haben und wir haben ihnen auch schon alle Aufgaben zugewiesen. Insofern können wir die Ruhepause beginnen und ich hoffe, es wird eine friedliche Rast werden. Nein! Wir werden bei der Jagd angegriffen. Oh, das sind zwei Wölfe, die direkt Whalen erwischen. Das ist natürlich jetzt fatal. Jetzt müssen wir helfen. Ein Sturmangriff auf die Seite, Amiri auch ein Sturmangriff auf den anderen Wolf und Whalen selbst hat schon Schaden genommen und wird jetzt auf sich selbst erstmal seine berühmte Magierrüstung zaubern, um sich dann später noch zu verteidigen. Wie auch immer. So, die anderen, die schießen, beziehungsweise eigentlich könnte sie mit ihrer Sense direkt auch mal jetzt rangehen. Die sind ja sowieso beschäftigt mit anderen Dingen. So, und Lindsay? Kann Lindsay helfen? Benommenheit funktioniert da nicht. Alles andere ist jetzt, obwohl, wir sind ja vor dem Rasten, wir können einfach mal ein Lied des Mutes raushauen. Und das hilft uns jetzt ein bisschen. Okay. Und hier hat sogar jemand getroffen, Lindsay. Sehr schön. Magierrüstung ist auch dabei. Jo, dann hoffe ich mal, dass ihr mit dem Sturmangriff... Oh, verdammt! Whalen! Was ist los? Whalen ist umgefallen? Wieso das denn? Trotz Magierrüstung? Weil er... Hä? Warum ist er denn jetzt umgefallen? Er hat doch noch sechs Lebenspunkte. Was ist hier passiert? Hat Amiri ihn umgerempelt? Oh Gott, dem geht's ja richtig dreckig. Und wir haben... Na doch, wir können noch einen Trank zu uns nehmen. Was ist mit dem ganzen Sturmangriff geworden? Ja, okay, der... Der eine ist zumindest hin. Nichts von wegen friedliche Nacht. Okay, der andere ist auch hin. Eieieiei, puh. Mann, 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 Mann. Ich hoffe nicht, dass wir zusätzlichen Stärkeschaden bekommen haben. Ja, Wolfshaut. Na los, sammeln wir ein. So, dann hoffen wir mal, dass es jetzt ein bisschen gemütlicher weitergeht. Wir versuchen es nochmal zu schlafen. Okay, das scheint erstmal geklappt zu haben. Ihr habt den Weg der Kriegerin gewählt und jetzt ist euer Schwert immer mit Blut bedeckt. Gefällt euch das? Töten so? Der Krieg ist kein weniger ehrenhaftes Gewerbe als jedes andere. Und der ist definitiv nicht schlimmer, als zu zeichnen oder Buchstaben zu zeilen, zu formen. Und was meine Feinde angeht, ich lege ihnen keine Waffen in die Hände. Wie ich, haben sie ihren Weg selbst gewählt. So, die Lagertarnung war erfolgreich, hervorragend. Und auch Lindsay hat erfolgreich gekocht. Was gibt es denn da für einen Bonus eigentlich jetzt? Hm, wird uns das noch erzählt? Sehen wir bestimmt dann. Wir verbringen jetzt erstmal die Nacht. Sehr schön, es wird gespeichert. Wunderbar. Und, ja, wir haben Lieblingsessen. Ah, es gibt sozusagen den normalen Bonus. Ein temporär Trefferpunkt pro Stufe, einen Tag lang. Und Amiris Lieblingsessen ist das sogar noch. Plus zwei auf Bestätigungswürfe für kritische Treffer. Interessant. So, die anderen sind weitestgehend geheilt. Ist das bei ihr so ein bisschen ein Problemchen? Wir müssen leider wieder ihre leichte Wunden nutzen. Was in gewisser Weise ein bisschen ärgerlich ist, dass sie immer ihre Zauber eigentlich nur für ihre eigene Heilung verwenden kann. So, jetzt geht es aber. Jetzt gilt es. Ich würde sagen, wir gehen zurück zu den Alt-Achorn-Höhlen, dort wo die Winzlinge sind. Weil dort vermuten wir Tatuccio. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir diesen riskanten Weg hier hoch nochmal wieder wählen sollten. Wo war der denn? Hier. Oder ob wir den Umweg gehen. Ich mach mal kurz einen Schnellspeichern. Und, ja, ich sag mal, wir werden nicht gerade nur eins würfeln. Wir versuchen es mal. Waylon ist der Bewegliche. Und war sogar erfolgreich. Und hat dadurch Erfahrung bekommen. Plus mit einem 12er. Das war aber auch wirklich eine Punktlandung. War ein bisschen riskant, die Aktion jetzt. Aber gut. Sehr schön. So. Dann sprechen wir mal mit denen. Wie spät haben wir es eigentlich? 1631. Okay. So lange haben wir Rast gemacht. Wir hatten es wohl nötig. Du gehen Königin? Sieh Freude. Sehen Sie. Ja, sehr schön. Das machen wir. Dann gehen wir jetzt mal da rein. Ich bin gespannt, ob wir Tattuccio finden werden. Ähm, wir können noch Zeug mitnehmen. Oh, wir haben tatsächlich Goldmünzen liegen gelassen. Gut, dass wir erinnert werden. Was? Grüner Quarz? Was ist hier alles passiert? So, die ganzen Fälle und so weit. Oh, hier sogar göttliche Kunst. Mann, Mann, Mann. Das sind vermutlich von den Schlachten, die wir gar nicht mehr so richtig berücksichtigt haben. Äh, sehr praktisch. Diese Geschichte, ja genau, die kennen wir schon. Und das ist das Labortagebuch. Alles klar. So, wir gehen, Leute. Wir gehen. Ich bin gespannt. Vor allem bin ich gespannt, was dieses Heiligtum ist oder diese heiligen Hallen, was es damit aufsehen. So. Okay, wir werden informiert über Licht. Manchmal gelangst du an Orte, die in Dunkelheit gehüllt sind. Beispielsweise Höhlen oder Katakomben. Um dich dort zurechtzufinden, kannst du Laternen oder Fackeln benutzen oder den Zauberlicht einsetzen. Genau. Wir haben eine Laterne Valerie, aber ich finde irgendwie diesen Lichtzauber, der ist irgendwie so witzig, weil man da eine... Warte mal, haben wir hier doch irgendwie Schaden bekommen? Nee, aber wir müssen uns... Ach, wisst ihr was? Wir sollten... Wir müssen mal unsere Gürtel nochmal kurz optimieren. Wir brauchen auf jeden Fall hier nochmal einen Trank. Die Frage ist, ob wir uns jetzt gegenseitig heilen oder lieber Tränke trinken. Du hast noch einen Trank. Also Amiri braucht auf jeden Fall noch was. Ich würde mal sagen, sie trinkt nochmal einen. Ja. 23 von 30. Komm, wir lassen sie nochmal eintrinken. Und Wain and Brown ein. So, da haben wir jetzt natürlich noch Heilzauber, aber die lassen wir nochmal wirklich als Zauber. Okay, das ist das eine. Und jetzt will ich doch mal hier Licht herbeizaubern. Und zwar, wir werden mal Amiri unter Licht setzen. So, sie leuchtet jetzt, als wäre sie selbst eine Flamme oder was auch immer. Sehr schön. Okay. So, dann schauen wir uns jetzt mal um. Sehen wir hier schon irgendjemanden? Torwächterin Quoggi. Gut. Und nochmal so ein Tausendfüßler, der aber friedlich ist. Hm. Wir sprechen mit der Torwächterin. Daisy, komm, braves Mädchen. Als sich die Torwächterin bemerkt, hält sich ihre Miene auf. Sie wendet sich von ihrem Tausendfüßler ab. Grüßen, Verbündeter. Du kommen. Kriegerkönige, bedar. Dich erwarten. Die Torwächterin seufzt verzückt. Königin genauso schön wie kleine Tausendfüßler. Ja, V. Ich wünschte, ich könnte das Wort schön aus den Mäulern dieser widerlichen Kreaturen verbanden. Was liegt vor uns? Loch unter Altahorn. Okay. So bezeichnen die offenbar diese Höhle. Hier leben Winzling und unser Tier. Aufpassen, einige Tiere noch wild. Dort tiefes Loch. Sehr gefährlich. Oben war Koboldweg, aber jetzt eingestürzt. Kobold werfen Steine. Wir heben Brücke. Kein Weg. Traurig. Truhe liegen Weg. Großer Schatz. Alles verloren jetzt. Aha. Wir heben Brücke. Okay. Gut. Auf jeden Fall, dieser Weg offenbar zum Heiligtum ist versperrt. Weißt du, wo der Kobold Schamane Tatuk jetzt ist? Schamane Popohaut? Nicht wissen. Er stürmt unser Loch. Werfen Zauber. Königin ihn jagen. Königin wissen, wo ist. Sehr gut. Wie komme ich zu diesem eingestürzten Gang? Brücke senken schlecht. Schamane Purpurhaut weglaufen über Brücke. Die Torwächterin denkt einen Augenblick nach. Verbündeter machen Handel, ja? Du wollen vorbei? Ich wollen hübschen Helm. Du geh'n unteren Weg. Dort liegen große tote Spinne. Unser großer Kriegsheld. Auf ihr reiten bis sterben. Du mir bringen Kiefer von Spinne. Ich dir geben Hebel für Brücke. Du nehm'n Truhe mit Beute. Ich mach'n Helm aus Spinne. Köstlich. Ah, okay. Gut. Das heißt, wir haben's dann wieder mit Spinnen zu tun. Da müssen wir uns dann vermutlich besser ausrüsten. Kieferjuwelen. Die Torwächterin der Winzlinge. Die Kiefer bringen. Einer riesigen Spinne aus den Tiefen der Höhlen bringen. Okay, der untere Weg. Was meint sie damit? Diesen hier? Ich würd' nur sagen, wir machen uns erst mal auf zur Königin. Und dann... Ah, mal gucken. Inwieweit wir uns hier speziell vorbereiten müssen. Wir haben ein bisschen von dem Feuer dabei. Kommen wir unten lang. Das ist möglicherweise der Weg zur Spinne. Oha, hier sind schon feindliche Riesen. Tausend Füßler. Wie es scheint, hat jemand oder etwas versucht, sich durch die Rahmen zu nagen. An einigen Stellen mit Erfolg. Ich würd' jetzt noch nicht auf Abwege gehen. Ich will erst mal hier zu Königin, glaub' ich. Aber wir kommen trotzdem erst mal sofort in den Kampf. Aber es scheint nur einer zu sein. So, Valerie geht ein bisschen nach vorne. Amiri macht einen Ansturm. Ich mach's nicht falsch. Das Schiff ist verabschiedet. So. Ja, komm, geh auch mal in den Nahkampf. Okay, das war's schon. War das nur einer? Sieht so aus. Jetzt kommen ein paar mehr. Jetzt kommen ein paar mehr. Wir versuchen mal mit den Fernkämpfern vielleicht die hinteren zu erreichen. Die wir aber schlecht avisieren können. Das erhöht die Chance, dass wir sie noch erwischen, bevor sie in den Nahkampf gehen. Ich glaube, es ist okay, wenn Jethel auch in den Fernkampf geht erst mal. Muss sie leider nochmal die Waffe wieder wechseln. Was ja dauert, bekanntermaßen. Greift dann auch mal an. Valerie geht hier in die Mitte. Und Amiri macht einen Sturmangriff. Beziehungsweise, warte einen Augenblick. Jetzt. Nein, nein, bleib mal hier. Das ist gut. Was ist hier mit deinem Sturmangriff? Okay, erledigt. Nächster erledigt. Ei, 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 ei. Amiri hat es erwischt. Die hat ein Biss eher abgekriegt. Ist das ein Problem? Nö. Sie gehen runter! Das wird nicht mehr. Okay. Wichtig ist, möglichst wenig Schaden bekommen. Weil wir können wenig, wenig heilen. Wir haben nicht wirklich viele Heiltränke. So, wo geht's zur Königin? Beziehungsweise, wir machen mal Quick Save. Wir gehen mal hier lang. Ein Boot liegt hier. Winzling Wachposten. Das sieht gut aus. Als wäre es die richtige Richtung. Können wir mit denen sprechen? Wir können es mal probieren. Unser ruhmreicher Held fallen von Reitspinne in Loch und sterben. Arme Spinne. Traurig. So, hier haben wir einen Wachmann. Die Winzlinge sind in ihrer Arbeit vertieft und schenken dir keine Beachtung. Ein Priester. Okay. Wir können hier Dinge... Ich weiß nicht, ob es sowas gibt wie Diebstahl eigentlich. Vor deren Augen hier, deren Säcke zu plündern, ist, glaube ich, selbst für Whalern ein bisschen zu viel. Er ist ja nicht... Das mal zu sagen. Er ist ja nicht irgendwie so ein klassischer Dieb. Klar, es gibt Situationen, wo er da keine Probleme mit hat. Aber das hier ist es jetzt nicht unbedingt. So, da hinten schon wieder tausend Füße. Mal sehen. Sehr, sehr düster ist es hier. Kriegen wir den Erstangriff? Versuchen wir es mit Blinzi. Ich schreibe es, wie ich es sah. Du kannst nicht gegen mich standen. Ach ja, geht so, ne? Valerie ist mal wieder in der Mitte des Geschehens. So gehört sich das. Und die anderen schießen... Na... Auf denen. Ja, das ist okay. Und Amiri wird irgendwann den Ansturm machen. Boah, kritischer Treffer, sehr gut. Ich würde mal sagen, jetzt startet sie den dorthin. Aber keine Linie, wie es aussieht. Der muss erst um die Ecke kommen. Jetzt geht's. So. Jawohl. Okay. Gut, mit denen kommen wir eigentlich ganz anständig klar. Was haben die eigentlich für eine Rüstung? Würde ich mal interessieren. Rüstungsklasse 14. Ja, das ist doch gut. Und wie greifen die an? Riesen-Tausendfüßler. Zwei plus zwei Modifikator. Geschicklichkeit. Ja, die sind keine wirklich gefährlichen Gegner. Nee, da müssen wir uns verdienen. Müssen wir uns keine Sorgen machen. Immerhin was. Trotzdem schnell speichern. Okay. Geht's hier tiefer? Hm. Ist das diese Gegend, von der die Rede war? Hier ist irgendeine Person. Nein, hier sind Winzlinge. Speer. Also wir sind möglicherweise auf dem Weg zur Königin. Hier geht's aber weiter. Wo sind wir hier? Kann ich hier mal fragen? Er redet immer noch vom Helden und der Spinne. Da oben ist was. Wir gucken uns erstmal hier um. Hier geht's noch einen anderen Gang. Oh, hier ist aber viel zu erkunden, Leute. Sehr viel. Wir gehen aber hier hoch, glaube ich. So. Wachen die was? Ah, schaut mal. Hier ist eine Tür. Ihr könntest zur Königin gehen. Ich dich kenne. Gegrüßt. Zwei Wochen nicht fangen Eichhörtchen. Vielleicht sie alle tot. Gut. Wovon redet der? So. Die haben hier ganz schön viel Krimskrams. Und hier ist der Tuchseist. Ah, das macht den Eindruck, als wären wir hier tatsächlich... Ach, wir sind auch bei der Kriege. Oh. Und hier ist irgendein geheimnisvolles Tor. Aha. Wir sind auf jeden Fall erstmal dort, wo wir sein wollten. Gucken wir uns kurz ein bisschen um. Die Winzlinge beschenken ihre Könige mit der wertvollsten Beute und dem unversehrtesten Müll. So, gut. Gut, dass wir das nicht gestohlen haben. Das wäre ja noch was... Was für ein Eklat. Ich würde mal sagen, wir sprechen erstmal mit dem Tuchseist. Bevor wir die Königin ansprechen. So gehört sich das. Das weiß unser Diplomat, Waylon. Sehr gut. Du reden Königin. Königin nicht reden. Wir nicht lassen rein. Äh, was willst du mir sagen? Na gut. Wir beginnen mal der Audienz hier. Ihre Majestät, Kriegerkönigin B'dah. Begrüßen Verbündeten in ihrer Kammer. Gerade rechtzeitig Verbündete. Schamane Purpohaut wirken bösen Zauber vor unserer Nase und laufen in heilige Ahornhalle. Er haben Reliktschlüssel. Kobots stehlen unser Relikt. Wir nicht können folgen. Du uns helfen. Okay. Äh, wie komme ich zur Ahornhalle? Mein Wächter dich bringen zur Tür, aber du brauchst ein Relikt. Geben zwei. Eines haben Purpohaut. Wo ist zweites? Ich nicht wissen. Denken Koboldhäuptling. Also es reicht doch ein Relikt, um das zu öffnen. Ein Schlüssel. Geben zwei. Achso, es gibt zwei, will sie damit sagen. Eins hat Purpohaut. Und das zweite ist beim Koboldhäuptling. Alles klar. Verstanden. Beim Krieg wollen wir eigentlich nicht helfen. Deswegen fragen wir das nicht. Aber, und was ist das mit der Brücke? Das finde ich noch ein bisschen merkwürdig. Das ist vermutlich noch ein anderer Weg, wo es um diesen Schatz ging. Okay. Verzeiht meine Königin, aber ich muss gehen. Mehr kriegen wir dann jetzt nicht raus, oder? Auf jeden Fall hat sich hier die Quest verändert. Okay. Tatuchio wurde beim Betreten der Heiligenhalle unter alter Ahorn gesehen. Um sie zu betreten, brauchen wir das Relikt der Winzlinge, dass diesen von den Kobolden gestohlen wurde. Gut, das heißt, wir müssen auf jeden Fall zu den Kobolden. Ich frage mich, ob es eine unterirdische Verbindung zu den Kobolden gibt, oder ob wir quasi wieder raus müssen und auf der anderen Seite wieder rein. Das ist die spannende Frage jetzt. Ja, aber bevor wir die klären... Warte mal, wir gucken einfach mal. Die Tür ist verschlossen. Ich speichere mal kurz. Das heißt, hier geht es vermutlich rein. Ich teste es einfach mal, was jetzt passiert. Die gewundenen Wurzeln des Baums bilden eine Tür, aber es ist weder ein Schlüssel, noch eine Klinke zu sehen. Halt, hier unten werde ich wieder runter scrollen. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, den Weg kennen wir. Wir brauchen das Relikt. Alles klar. Das habe ich erstmal verstanden. So weit, so gut. Dann würde ich sagen, erkunden wir noch den Rest hier dieser Höhlen. Versuchen vielleicht diese Spinnenaktion hinzukriegen. Dazu müssen wir nochmal unser Feuer, glaube ich, ein bisschen ausrüsten. Fackeln haben wir auch noch ein paar dabei. Das könnte nämlich sehr, sehr hilfreich sein, wenn wir da so einen tollen Schatz finden. Mal sehen, was wir hier noch auf dem Weg hier finden werden. Wo es hier hingeht. Man kann auf der Karte leider sehr, sehr wenig sehen, wie ich finde. Das ist ein bisschen unschön gemacht. Also die Karte hätten sie ein bisschen beleuchten können. So, kommen wir jetzt schon ins Spinnenland? Sind das hier Spinnennetze? Ne, wir sind noch bei den Winzlingen. Alles klar. Kobold gehen Tunnel und in eigene Falle. Ha, 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 ha. In due time. This requires your attention. So, hier ist was, Alex, hier ist was Besonderes. Was Besonderes, Verstecktes. Ich glaube, da sind wir dann doch zu interessiert und schauen uns das mal an. Das ist aber nur Butter und das klauen wir den Winzlingen nicht. Sind hier irgendwie die Unterkünfte, wie es aussieht. Ja, das wird so sein. Haben die noch was zu sagen? Ich mache ein Loch in Alt-Athorn. Alt-Athorn, Königin, sagen böse, mich jetzt bestrafen. Ja, aber dafür keine Löcher machen. Das hätte vermutlich sogar ich gewusst. Ich dich kenne. Gegrüßt. Haben wir uns gesehen schon. Bei der großen Schlacht. Ein Priester der Winzlinge. Okay, auch Erdenloch gemacht. Und hier geht es nicht weit. Aha, wartet mal. Hier ist tiefes Loch gefährlich. Ich verstehe. Kobold gehen vorbei an Busch. Seen irgendwas. Seen, schuppigen, Schwanz, stechen mit Messer. Auch sein Kobold. Mein Floh machen besser Witze als du. Buh, Buh. Okay, das ist hier der Witzbold. Der steht da oben und macht Scherze. Was haben wir hier? Rahmen. Die Winzlinge haben Fensterrahmen an die Höhlenwände genagelt. Hinter einigen sind Landschaftsbilder zu sehen. Oh Mann. Sie haben eine Sehnsucht nach der Landschaft. Warum leben sie da nicht draußen? Warum in diesen Höhlen? Den Witzbold lassen wir mal in Ruhe. Auch hier geht es nur hinunter. Alles klar. Und wie weit? Gut, dann wird vermutlich das der Weg sein, um die Spinne zu treffen. Oder die Spinnen. Mal sehen, ob wir darauf vorbereitet sind. Wir gehen schon mal so ein bisschen in die Richtung. Aber ich denke, dieses Abenteuer werden wir dann erst das nächste Mal angehen. Mal gucken, ob uns noch irgendwas auffällt. Bis dahin. Zum Glück waren die Tausendfüßler her. Keine Probleme für uns. Oh, oh, oh. Tausendfüßler. Okay. Den Kampf werden wir nochmal... Oh, es sind einige. Den Kampf werden wir nochmal annehmen. Unsere Fernkämpfer feuern bitte auf die dort hinten. Unbezüßler. Du verdienst es. So. Valerie geht hier nach vorne. Und Amiri erstmal bitte hier hin. Ja, das ist gut. Amiri macht einen Sturmangriff bitte hier hin. Halt! Das ist Amiri. Wo ist denn Valerie? Ah, wir sind wieder falsch in der Ordnung, glaube ich. Warte mal. Jetzt muss ich hier nochmal ganz neu orientieren. Valerie bitte hier. Ja, aber schnell. Sonst sind die anderen hier noch... Genau. Du musst alles abfangen jetzt erstmal. Amiri, ein bisschen weit weg jetzt gelaufen. Aber es ist okay. Ah, ein Fehlschlag. Und da hat sie auch gleich einen Schaden genommen. Das ist natürlich jetzt bitter. Jetzt steht sie hier mehr im Fokus. Sehr ungünstig. Sehr, sehr, sehr unschön. Und wir treffen nicht. Der nächste Schaden. Jetzt wird sogar Walen angegriffen. Also, die machen uns jetzt richtig Ärger. Geh mal hier auf deinen Streitkolben und versuch mal. Aber, warte mal. Aber, warte mal. Vorher lieber eine Magierrüstung. Sicher ist sicher. Kleiner Feigling ist er auch. Okay, den ersten haben wir. Bring it! Oh, nein! Minus drei Geschicklichkeit. Das ist natürlich richtig bitter. Geschicklichkeit Schaden. Dabei hatte er gerade seinen anderen permanenten Schaden. Aber wir haben, glaube ich, noch einen Trank. Wir haben noch einen Trank. Oh Gott, diese ganzen Fehlschläge. Valerie, hilf mal. Okay. Ei, ei, ei. Aha. Okay, durch die Aktion sind wir jetzt nicht so einfach gekommen. So. Ein bisschen Schaden abbekommen. Vor allem dieser Geschicklichkeitsschaden ist ärgerlich. Da müssen wir was machen. Da müssen wir was machen. Wir haben hier einen Genesungstrank. Den werden wir jetzt benutzen. Mal gucken, was er uns bringt. Plus zwei. Okay. Das heißt, wir sind bei... Ja, fast bei normal angekommen. Aber ich glaube, wir können uns hier keine Schwäche erlauben. Wobei, es kann natürlich sein, dass wir noch auf weitere tausend Füßler treffen, die das normal mit uns machen. Insofern heben wir uns hier nochmal auf. Wir haben jetzt nur noch einen Geschicklichkeitsschaden. Das geht erstmal. Gut. Ein bisschen Heilung braucht Amiri. Aber ansonsten, glaube ich, können wir es noch wagen, hier den Gang, die Gänge weiter zu schleichen und nach den Spinnen zu suchen. Also, wie gesagt, das beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Euer Steinbein. Amen. So.